So Leute und Willkommen zum nächsten Part. Es geht weiter. Wir haben euch jetzt gerade gespeichert und jetzt geht es weiter. Jetzt kommen wir hier oben zum Haus. Genau, das Haus. Mal gucken, wie sich hier jetzt alles verhält. Bin ich mal gespannt. Bei diesem Super Mario, bei dem newer Super Mario World, hier ist einiges der Anlass. Ach Mario. Wieder absichtlich, ne? Na ja. Ach du, liebe Teller, ist aber da unten. Wieso wird dir das Gefühl nicht, dass es diese Münze... Ah, ich wusste es doch. Ich wusste es, dass diese Münze ein... Oha. Oha. Ja. Mario. Ich bin stolz, dass du es wieder geschafft hast. Arre. Alles verloren, Mario. Alles verloren. Weißt du, das ist ja fast wie im echten Leben, ne? Ob man auch plötzlich alles verliert, ne? Also... Du weißt, in diesem Sinne bist du hier wieder mal selber schon, weil du einfach nicht vernünftig mitgemacht hast. Oha. 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 Alter, das Biet. Oha. Okay, geht drüber hinweg. Glaube ich, weil es ist so wie. Oha. 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 Ach, dafür, deswegen sind die da. Aha. Um einen zu irritieren. Oha. Wieder alles verloren. Super Mario. Super. Super Mario. Super. Hahaha. So heißt er auch. Super Mario. Jawoll. Und ich sag auch noch, Super Mario. Super. Hahaha. Will ich da reinfallen, dann würde ich da jetzt keine Elemente. So, zack. Oha. Ey. Was? Ich hab alle Münster auf dem Zimmer verloren. Hör. 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 Oha. Mama. Hör. 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 Noch einmal nicht. Hör. Noch einmal nicht, hab ich gesagt. Hör. Jetzt haben wir sogar noch die Kappe. Ja. Schon mal nicht schlecht. Aber, ah. Wieder da ist wahrscheinlich der Harkesterband. Besser hoch. Vorsicht langsam. langer, immer schon langer bleiben. Wie gesagt, das Ganze muss... Aha. Oh Mann, Mario! Dämlicher Dunkel. Nein, das war die richtige Tür. Haben wir wieder geschlafen. Das kannst du noch mal machen. Ich wehrt mich mehr, ey. Oha. Ich starte mit. Ja, Mario, ich bin stolz auf dich. Weißt du, ich bin stolz auf dich. Das machst du richtig gut, weißt du? 100%ig, richtig 100%. Besser kann man es gar nicht machen. Naja. Weißt du, bei der Superdivision, und weißt du, da hast du schon die ganze Zeit so... Ja, wie soll ich sagen? Ich bin so angestellt. Jetzt fängt es sicher auch schon wieder an, also. Ja. Das ist wahrscheinlich so dein Charakter, ja, so. Wie soll ich sagen? Dämlich zu sein, wenn es nicht zu können, so was. Also. Ja, komm doch, Mensch. Oh. Ja, Super Mario. Super Mario. Du hast es schon wieder geschafft. Ich bin... Warte mal. Oh, ja. Du hast es wieder geschafft. Ich gestorrt hab dich. Oh nein, 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 nein. Hä? 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 Oh nein, das ist das Punkte nur? Hä? Da ist ein... Oh. Krass. Egal. Brauchen wir denn in den Münzenwald-Alton das Spiel? Ich glaube, das ist aber auch nur... Ups, Alter. Nein, 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 nein. Es sind nur Risiken, die man reingehen soll. So. Ups, ja. Das wusste ich. Das haben die extra so gemacht. Und jetzt... Ne, 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 ne. Hahaha. Nicht nochmal mit mir. Hehe. So, und jetzt? So, zack. Und was kommt jetzt? Oder haben wir es jetzt geschafft? Oh. Ist doch nett. Gut. So bin ich natürlich auch zufrieden. Aber dann haben wir es ja geschafft. Ha, perfekt. Mario-Time. Jawohl, nivel komplettado. Perfektens. So, weiter geht's. Bin ich mal gespannt. Aber... Gehen wir es jetzt mal ab. Ich will sagen, wir gehen es jetzt mal aufrüsten. Und dann... Und dann... Du weißt, was für Unverschiedenheiten auf uns auch bei den nächsten... Bei den nächsten... Bei den nächsten... Levels... Oder Level... Wartet, ne. Also wir gehen es jetzt mal wieder auf... Aufmotzen. Also komplett, ne. Alles anziehen. Alles aufrüsten. Und so, ne. Oh. Ich stehe abbeschäftigt, ne. Oh, gut. Gut, 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 gut. Ah, schon. Also, ja, lande. Also, ja, lande. Ja. Je. Oh. Oh, nein. Oh, feier. Oh, ja, wo ich jetzt vongebe. Ja. Ja, ich wollte ruhig auch gelesen, steh! Klar, heute Morgen wollte ich alles machen. Ja, ja, ich hab's wohl auch gelesen. Und wir hoffen, dass wir den Partner wenigstens das Schloss noch schaffen, dann reicht es ja einfach wieder. Hä, hab ich das nicht freigeschaltet? Doch, haben wir doch. Ach, das bleibt einfach nur so als Bild, ach so. Weil ich weiß ja, dass wir da unten in der Wohnung waren. Oh nein, 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 nicht das wieder. Oh nein, jetzt ist es mies. Also wir wollen Mario Welt aufs Nesse, so mit dem da war es ja nicht so'n Ding. Ah, oh, guck mal! Alter, was ist denn das für eine Sauerei? Habt ihr das gerade gesehen? Das ist ja ne Unverschede, was da passiert. Ab nach da! Glaubst du ja nicht, ich sage wohl lieber euch. Okay, hier ist nicht. Auch nicht. Woh, wot? Alter! Ist das ne Sauerei, ey. Was die hier im Spiel gemacht haben. In dieser Video in der Spiegel. In dieser Version ist das anders, dieser Unverschede gemacht worden. Also das ist ja wohl ne Ding jetzt. Okay, Leute, das ist schon mal jetzt ein Unverschede mit dem Spiel. Also in dieser Version ist das anders, dieser Unverschede gemacht worden. Also das ist ja wohl ne Ding jetzt. Ah, das ist ja wohl ne Ding. Es ist ja auch gut. Tja, das ist ja. Er wird aber auch noch richtig viele Leben verlieren, und wahrscheinlich wird das auch noch eigene Parts mit sich bringt. Das wird jetzt wieder Spaß werden. Katastrophe. Habt ihr das gesehen? Einfach drauf gegangen. Ich sag, dieses Jahr werde einige Parts mit sich ziehen. Da hat sich jetzt eine lange dauert, bis wir das selber durch haben. Aber ich bin mir nicht sicher, aber eventuell könnten wir hier Kappe benutzen. Da kommen auf einmal diese ganzen Kästen an. Das geht ja überhaupt gar nicht. Nochmal. Jetzt verlieren wir hier wahrscheinlich tausend Mal, bis wir es geschafft haben. Wie hat man jemals gesagt? Spielzeit muss sein, bevor es freigestattet ist. Weil dann irgendwann erst kann es klappen, dass man was schafft im Spiel. Jedes Spiel braucht wenn nötig Spielzeit. Erst nach dieser gewissen Spielzeit klappt dann was. Hohoho. Hallo. Aber wir werden mal gucken, ob es eventuell hier überlistbar ist. Ich meine, vorhin habe ich es ja kurz weiter geschafft. Und dann hat mich das Spiel wieder überlistet. Wollen wir mal gucken kurz hoch. Warte, warte, warte. Oh, 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 oh. Das gibt's doch gar nicht. Da fallen wir sofort da in das Loch rein. Also ich habe keine Ahnung, wie das hier spielen soll. Okay. Wir holen wieder mal Kappe. Und dann überfliegen wir den Mist mal. Boah ey, das ist nicht zu passen, das ist Level ey. Richtig unverschämtes Level. Na komm, sie zu jetzt. Oh. Da bring' ich halt auch ... Moment mal. Ne, bring' ich halt nichts. Der Kopfhörer kann nicht mitnehmen. Völlig ohne Sinn, dass wir das jetzt das Spiel eingebaut haben. Wenn ich gar nicht mitnehmen kann, bei Super Mario, World of SNESL, Super Nintendo, da geht das. Aber hier, ihr seht, ne. Und das katzt mich nicht an, ey. Das ist dumm bis zum Gehlt von den Machern. Da haben sie überhaupt gar nicht das Spiel an der Stelle fertig gemacht. Da haben sie den Fehler gar nicht gebraucht. Das finde ich gar nicht Sinn, dass man hier die Gäsche kriegen kann. Das ergibt doch sogar keinen Sinn. Naja. So, ab geht's wieder zurück. So viel Zeit aber auch nicht mehr jetzt, ey. Ach, Mario, ey. Obwohl, aber diesmal, 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 äh, ich würde sagen, gebe ich nicht mal Mario die Schuld. Diesmal ist nämlich wirklich das Level, was ein Verstehen ist, nicht Marios Dummheit. So. So. Was machst du denn? Und dieses Holz kommt jetzt schon wieder zurück. Hey, mach mal. Ah, ist ja cool. Ich kann während des Lauts auch einfach zurückgehen wieder. Cool. So. Und jetzt, meine Damen und Herren. Und. Ha. So muss das sein. Ich muss mich hier mal vorsichtig sein und gucken. Sie müssen eventuell auch wieder überlasten. Ja, hier müsst ihr auch echt überlasten. Und überlastet. Ha, ha, ha. Ha, ha. War sowas von überlastet. Perfekt. Und hier gibt's ja auch noch was. Oh, Mist. Da, hier ist ja auch noch was. Da oben ist noch was. Jee. Ha, ha. Hm. Oh. Ja, Mama. Oha, perfekt. Wir geben jetzt das Zeug, was das Level uns schuldet. Und zwar die Leben. was ist. Oh, ja. Ja, ich kann aber wirklich so das wieder zurückgekriegen, was hier jetzt... Was das Level uns einen schuldet geworden ist. Weil... Ich habe mich hier auch ordentlich kaputt gemacht vorhin in diesem Level. Halt! Moment! Vorsichtig! Langsam! Oh nein! 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 Wieder ein Haken! Scheiße! Vorsichtig! Weiter gucken! Wow! Toll! Wie soll das denn jetzt machbar sein? Das ist ja wieder so ein Witz! Oh Mann! Wie wird da? Oh Mann! Oh, was soll das denn wieder? Ah, kann ich auch noch was, ne? Oh, geschafft! Oh, oh! Wofür ist das jetzt? Hä? Ah! Ha! Geil! Nein! Nein! Okay! Mario-Tai! Na gut, Alter! Wir haben Nasebe dort noch in diesen Park gescheitert, auch nur weil wir die Kappe geholt haben. Also hat sich das jetzt zum Glück doch nicht über mehrere Partys hinausgesteckt. Ist doch mal gut gegangen. Hm, ist das jetzt schon das Schloss? Oh nein! Oh nein! Mit den Kanonen! Das darf doch jetzt nicht wahr sein! Oh nein! Das darf doch immer schon richtig! Oh! Ich werde den Peder da oben! Ich sehe! Ach du mal, der Eindruck macht ich nicht. Herr Gut! Ey, Walter. Ich muss sagen, hier war das Spiel aber immer ganz schön breit. Sehr witzig. Schwaua. Ich muss mal hoffen, dass ich hier reingehe. Nein, oh Mama. Oh nein, was mache ich denn? Warum sprenge ich denn? Ich trottel. Oh, no. Ja. Oh, Mario. Da ist nicht so unverschenkt in der Welt, naja. Oh, ho, ho. Hallo. Ach. Oh, das ist ein Fake, wa? Ja, das habe ich mir doch gedacht. Oh, Alter, ich dachte, schlafen wir jetzt nicht los. Ruhe. Oh, okay. Und wie geht es hier weiter? Oh, oh, oh. Oh, ja. Oh, oh, oh. Nee, also wie ich sehe, hier muss man sogar mit Kappel spielen. Aber Leute, ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. Oh, oh. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war für euch interessant und euch Spaß gemacht. Und ja, bis zum nächsten Part. Gebt mir dann hoch, abonniere meinen Kanal und hinterlasse mir einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.